BINDER – Best Conditions for your Success Wir, das Unternehmen BINDER, sind der weltweit größte Spezialist für Simulationsschränke, eingesetzt in wissenschaftlichen und industriellen Labors rund um den Globus in über 135 Ländern. BINDER hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen wesentlichen technischen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit der Menschheit zu leisten. Perfekte Simulation von biologischen, chemischen und physikalischen Umweltbedingungen. Dies schaffen wir durch überlegene Produkte, beste Dienstleistung und professionelle Beratung. 1983 wurde BINDER von Geschäftsführer Peter Michael BINDER gegründet und es ist auch heute noch ein Familienunternehmen. Die Vorteile sind klar. Statt kurzfristiger Managementziele gibt es langfristige Investitionen in die Zukunft. Statt Bürokratie schnelle Entscheidungen. Qualität steht vor Quantität. Erfolg braucht Visionen und jemanden, der sie verwirklicht. Wer bei uns arbeitet, arbeitet leidenschaftlich an den Visionen des Unternehmens. Für höchste Leistung, für das beste Produkt, für unsere Spitzenposition. Und übernimmt Verantwortung, egal ob Facharbeiter, Techniker, Kaufmann oder Ingenieur. Denn wir vertrauen Ihnen. Arbeiten Sie für einen Technologieführer und bringen Sie uns weiter. Denn wir bringen Sie weiter. Arbeiten Sie nicht nur für ein Unternehmen. Arbeiten Sie für den Branchenführer. Kompakte Strukturen, kurze Wege, flache Hierarchien. Bei uns gibt es ausgezeichnete Aufstiegschancen für Sie. Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Denken, Handeln. Unser Erfolg ist Ihr Erfolg. Gute Leistungen werden gut honoriert. Sehr gute, sehr gut. Und das in Tuttlingen, dem Weltzentrum für Medizintechnik. Ein attraktives Umfeld mitten im Dreiländereck. Überzeugen Sie sich von uns. Entscheiden Sie sich für die Zukunft. Kommen Sie zu Binde.